Hallöchen, Popöchen und ein fröhliches Bidi-Bidi-Bar in die Runde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir. Und heute möchte ich euch ein paar seltene und epische Champions vorstellen für die Arena, die das Rundenmeter der Gegner beeinflussen können, sogar als Flächenschaden sozusagen oder als Flächenangriff das Rundenmeter senken können, was sehr nützlich sein kann. Nicht nur, wenn euer Team schneller ist als das gegnerische Team, sondern auch, wenn ihr vielleicht ein defensives Team baut, was nicht ganz so schnell ist und vielleicht nur einen etwas schnelleren Champion benötigt, der dann das Rundenmeter des gegnerischen Teams beeinflussen kann. Heute gucken wir uns auf jeden Fall die epischen und seltenen Champions dazu an und demnächst zeige ich euch nochmal ein paar legendäre Champions, die sehr wichtig werden können in der Arena. Aber schauen wir mal rein. Traurig aber wahr, ich habe tatsächlich nur einen seltenen Champion gefunden, der einen Flächenangriff macht, um das Rundenmeter der Gegner zu senken, ist aber auch gleichzeitig eine Speed-Bufferin, nämlich Diabolistin. Und das ist ihr letzter Skill, füllt das Rundenmeter aller Verbündeten um 15% und verringert das Rundenmeter aller Gegner um 15%. Gleichzeitig kann man natürlich auch noch ihren Speed-Buff nutzen, greift alle Gegner an, verleiht einen Verbündeten für 230% Geschwindigkeitssteigerer Buff, also die war auf jeden Fall auch in der Liste von Leuten mit dabei, die Geschwindigkeiten steigern. Von daher auf jeden Fall auch einen Anfangs-Arena-Champion, den man gut einsetzen kann, den man relativ schnell machen kann, der das Rundenmeter des Gegners senkt und uns einen Speed-Buff verleiht, also alles beides auf einmal, was ja nicht schlecht ist. Dann machen wir mal weiter mit den epischen Champions, da kommt mir auf jeden Fall immer in den Sinn Shatterbones, denn der ist nicht nur in den Fraktions-Koven und in den Dungeons ganz gerne mal in den Wellen drin, nein, den kann man auch in der Arena einsetzen, wenn man Rundenmeter-Kontroll-Champions haben möchte mit Flächenschaden, verleiht allen Gegnern für zwei Runden ein 15% Geschwindigkeitsverringerer, füllt das Rundenmeter aller Verbündeten um 25%. Also erstmal verringert er die Geschwindigkeit des Gegners zwar nur um 15%, aber er füllt auch unser Rundenmeter. Das ist eben auch das, was wir letztens hatten, als wir uns ihn angeguckt haben. Er steigert nicht nur das Rundenmeter von uns, er kann auch das Rundenmeter des Gegners senken, nämlich greift alle Gegner dreimal an, bietet eine Chance von 50% das Rundenmeter um 30% zu senken. Also bei einem dreimal Angriff mit einer Chance, die man natürlich noch steigern kann von diesen 50% auf 75%, ist das natürlich keine schlechte Quote. Und wenn wir dann noch den Gegner vorher verlangsamt haben, natürlich umso besser. Und das Schöne ist, er funktioniert natürlich auch im Automodus wunderbar, weil es ein Flächenangriff ist. Bei Einzelangriffen muss man in der Arena bei der Defensive immer vorsichtig sein, weil man nie genau voraussagen kann, wer greift einen an und wer kriegt diesen Einzelangriff dann ab. Also Flächenschadenangriffe sind dann natürlich immer schon am besten, auch wenn die Flächenschadenangriffe hier nicht direkt vielleicht immer Schaden machen. Ja, Psyla ist auch einer der besten Rundenmeter und Geschwindigkeitssenkungs-Champions, vor allen Dingen, weil sie das alles in einem Skill hat. Habt ihr vielleicht auch meinen Psyla-Guide gesehen. Verleiht an Gegnern für zwei Runden ein 30% Geschwindigkeitsverringerer-Debuff senkt das Rundenmeter aller Gegner um 40%. Also Rundenmetersenkung um 40% ist schon nicht schlecht. Und dann noch den Geschwindigkeitsverringerer drauf, umso besser. Also sehr hohe Genauigkeit, sehr hohe Geschwindigkeit auf jeden Fall benötigt bei ihr. Dann kann sie noch den Genauigkeitsverringerer auf alle machen und hat noch einen Flächenschaden auf der A1. Und der Flächenschaden in der Arena ist auch noch nicht mal ganz so schlecht. Dann habe ich hier jemanden, der wird vielleicht eher bei der Spinne eingesetzt, hat aber trotzdem auch ein paar gute Rundenmeter-Kontroll-Skills. Unser gutes kleines Streichholz hier, Mordecai, einer der neuen epischen Champion. Vielleicht habt ihr ihn aus der Prognifusion ja geholt. Bietet eine Chance von 75% ein Gegnern für 2 und 1 LP-Verbrennungs-Di-Buff zu verleihen. Verleiht ein Verbündung für 3 und 1 50% Angriffssteigerer-Buff. Und jetzt kommt's. Das ist der Skill mit dem Rundenmeter. Bietet eine Chance von 75% das Rundenmeter aller Gegner um weitere 15% zu senken. Füllt das Rundenmeter aller Verbündeten um 15%. Ist also ein ähnlicher Skill, wie wir bei Diabolistin natürlich gesehen haben. Er selbst hat jetzt allerdings keinen Speed-Buff oder sowas dabei. Und wir können diese Chance von 75% auf 100% erhöhen. Und er hat auch noch auf der A1 einen Rundenmeter-Senkungsangriff. Greift ein Gegner an, bietet eine Chance von 30% das Rundenmeter des Ziels um 10% zu senken. Und hat eine Chance von 60%, wenn das Ziel einem LP-Verbrennungs-Di-Buff unterliegt. Also auch nicht schlecht. Allerdings eher für die Defensive ungeeignet, weil er sicherlich mit der A3 zuerst angreifen wird. Aber in der Offensive kann man das natürlich besser steuern. Weihnachtslied Jäger, ein Champion, der in der Arena ganz gerne mal genommen wird. Und nicht nur, weil er einiges an Schaden austeilen kann. Nein, er hat noch einen Rundenmeter-Effekt. Greift alle Gegner an, leert das Rundenmeter um 20%, wenn dieser Angriff kritisch trifft. Also wir haben die Voraussetzung, einen kritischen Treffer landen zu müssen. Füllt das Rundenmeter dieses Champions, wenn dieser Angriff kritisch trifft. Also auch hier wird sein Rundenmeter nochmal gefüllt. Macht ihn natürlich schneller. Und umso schneller kann er dann die Gegner auch einfrieren. Also auch eine Art Crowd-Control-Champion, die wir hier haben. Und er hat auch noch den Geschwindigkeitsverringer. Allerdings nur auf einen Gegner. Und den Frost. Seine A2 ist ein bisschen tricky. Es kann ein Gegner eingefroren werden oder alle Gegner, wenn er einen tötet mit diesem Angriff. Also schon auf jeden Fall kein schlechter Skill, aber ein bisschen unkontrollierbar. Deswegen umso besser, dass er das Rundenmeter vorher senken kann. Kommt eben auf die Team-Kombination so ein bisschen bei ihm an. Oftmals unterschätzt, aber trotzdem ziemlich gut. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht nicht wirklich andere Speed-Buffer hat. Oder wenn man auch nur Apotheke hat. Also hohe Cartoon tatsächlich meiner Meinung nach besser. Für die Arena geeignet als Apotheker. Weil erstmal bringt sie sowieso eine Aura mit. Zweitens greift alle Gegner an. Bietet eine Chance von 50% das Rundenmeter um 15% zu senken. Und dann macht sie auch noch einen Geschwindigkeitssteigerer. Und erhöht das Rundenmeter auch noch von allen Verbündeten. Also von daher Rundenmeter füllen, Rundenmeter senken, Geschwindigkeitssteigerer. Das ist zwar alles nicht in einem Angriff. Wir boosten quasi erst unsere Geschwindigkeit und senken dann das Rundenmeter. Was natürlich immer ein bisschen schade ist. Aber wenn sie natürlich einigermaßen schnell sein kann, wir uns den Speed-Boost geben, kann man vielleicht auch noch ein zweites Mal dran sein. Wenn es sich um ein sehr defensives Team handelt, was nicht gleich weggenuket wird mit dem ersten Angriff. Da helfen zum Beispiel auch Schild-Sets und so weiter. Also von daher durchaus gut für Arena, Rundenmeter senken und Geschwindigkeitsboost hier. Und die Aura dazu noch. Goldene Schnitterin auch jemand, der oftmals gern vergessen wird, dass sie nicht nur die Geschwindigkeit steigert, sondern auch noch das Rundenmeter steigert und dass sie auch das Rundenmeter senken kann. Senkt das Rundenmeter jedes Ziels um 20 Prozent, wenn es keinem Angriffsverbringerer Debuff unterliegt. Also das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben die Rundenmetersteigerung, die Geschwindigkeitssteigerung und wir haben noch den Angriffsverringerer gleichzeitig mit einer Chance, das Rundenmeter zu senken, was natürlich schon mal nicht schlecht ist. Also wirklich für Leute, die noch Auswahl suchen an Champions, die auch einen Flächenschaden in der Arena machen, zum Beispiel eine ganz gute Wahl hier. Gefällt mir natürlich auch sehr gut als Champion, aber hat natürlich auch diese Skills nicht direkt ineinander vereint. Also sie steigert nicht gleichzeitig das Rundenmeter und senkt es, was eigentlich ziemlich perfekt meistens für Arena-Teams ist. Hat jetzt auch keinen Geschwindigkeitsverringerer oder sowas drin. Aber das Rundenmeter zu beeinflussen ist immer sehr gut in der Arena. Auch jemand, der etwas neuer ist von den Champions, Deacon Armstrong oder Dekan Armstrong. Und der wird ja oftmals so verglichen wie eine kleine Lysandra im Endeffekt, weil er eben auch eine Speed-Aura hat, hat einen Rundenmeter-Effekt mit drauf und so weiter. Füllt das Rundenmeter aller Verbündeten um 15 Prozent und senkt das Rundenmeter aller Gegner um 15 Prozent. Gewährt gleichzeitig noch eine Zusatzrunde. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, dann zum Beispiel noch den Defensivverringerer auf alle Gegner zu setzen. Oder ich könnte auch einen Gegner angreifen und einen Entziehen-Debuff verleihen. Also das geht auch. An sich macht er auch einen ganz netten Schaden auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil er ein Speed-Champion ist und sowieso den Defensivverringerer vorbereiten kann für unsere Damage-Dealer, ist er auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Champion. Wir können sozusagen erstmal unser Rundenmeter erhöhen, das Rundenmeter des Gegners senken und können gleichzeitig noch einen Defensivverringerer setzen. Vorausgesetzt, der Gegner hat jetzt nicht irgendetwas wie Blocked-Debuffs-Buff oder sowas bereits vorher draufgesetzt, die wir ihm vielleicht runternehmen konnten. Oder wir haben Blocked-Buffs draufgesetzt auf den Gegner. Dann können wir den Defensivverringerer verleihen und dann kann ein Flächenschaden-Damage-Dealer zum Beispiel noch losgehen und kann dem gegnerischen Team den Rest geben. Amina, auch ein Champion, den ich mittlerweile öfter mal in der Arena sehe, hat auch Rundenmeter-Effekte dabei. Gucken wir uns mal alle Skills an. Füllt das Rundenmeter dieses Champions um 10%, wann immer ein Gegner einen Lähmungs-Debuff erhält. Senkt das Rundenmeter aller Gegner um 20%, bietet eine Chance von 75% Gegnern, deren Rundenmeter vollkommen leer ist, für eine Runde einen Lähmungs-Debuff zu verleihen. Also das heißt hier, die Lähmung mit dem passiven Skill spielt natürlich einher. Greift alle Gegner an, bietet eine Chance von 75% für zwei Runden einen 60% Defensivverringer-Debuff zu verleihen. Stiehlt zielen, die Defensivverringern-Debuffs unterliegen 7,5% ihres Rundenmeters. Das heißt also, sie klaut 7,5% des Rundenmeters der Gegner. Das wird ihr dann wieder angerechnet, pro Gegner natürlich. Das heißt also, wenn jetzt vier Gegner in der Arena diesem Defensivverringer-Debuff unterliegen, könnte man das auch sehr gut mit Deacon Armstrong kombinieren. Also selbst wenn sie jetzt nicht direkt diesen Defensivverringer draufgesetzt hat, dann kann Deacon Armstrong den zum Beispiel draufsetzen. Und dann hat sie natürlich den Vorteil davon, dass ihr Rundenmeter dann gefüllt wird. Also das heißt sozusagen, die profitieren dann beide voneinander. Vielleicht auch ein nettes Pärchen hier. Greift ein Gegner an, bietet eine Chance von 35% für eine Runde einen Lähmungs-Debuff zu verleihen. Also auf jeden Fall sehr gutes Skillset, auch für die Arena. Wenn ihr sie habt, vielleicht mal drüber nachdenken. Aox, der Erinnerer. Greift ein Gegner zweimal an, jeder Treffer bietet eine Chance von 10% für 205% Gift-Debuff zu verleihen. Also eher Richtung Bosse, Clan-Moss, mal was. Greift ein Gegner an, heilt alle Verbündeten um 10% ihrer maximalen LP. Heilt jeden Verbündeten für jeden Debuff auf dem Ziel um zusätzliche 2,5%. Und jetzt kommt's, verleiht allen Gegnern für zwei Runden einen 50% Angriffs-Verringerer-Debuff. Bietet außerdem eine Chance von 75% das Rundenmeter jedes Gegners um 20% zu verringern. Verleiht dem Ziel für zwei Runden einen 30% Krit-Quote-Verringerer-Debuff, wenn ihnen nach Rundenmeter-Verringerung 50% oder mehr Rundenmeter-Wert bleiben. Also das ist zum Beispiel ein ziemlich guter Arena-Skill eigentlich, weil da können wir mit auch die Damage-Dealer des gegnerischen Teams gut beeinflussen. Das heißt, wir senken nicht nur den Angriff, sondern senken auch noch die Krit-Quote. Das heißt, sie haben eine geringere Chance, uns mit einem kritischen Treffer zu treffen, was uns natürlich wieder weniger Schaden gibt aufs Team. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, dass die anderen Skills jetzt vielleicht nicht so gut für die Arena sind, aber wenn man nichts anderes hat, kann man auf jeden Fall auf so einen Champion hier ausweichen. Steigert bei Angriffen die Laufzeit, weil er zufälliger Debuffs auf dem Angreifer um eine Runde tritt einmal pro Treffer auf. Okay, dafür muss er natürlich auch angegriffen werden, vielleicht bei Flächenschäden, weil einen Provozieren-Skill hat er jetzt nicht. Das heißt also, er wird jetzt nicht direkt ausschließlich angegriffen oder sowas, aber wie gesagt, für die Arena kann man ihn durchaus benutzen, durch diesen Angriff und Krit-Quoten-Verringerer und das ist durchaus hilfreich, um weniger Schaden in der Arena bekommen zu können. Also auch Krit-Quoten-Verringerer können durchaus in der Arena für Teams helfen, die da vielleicht Probleme haben gegen enorme Damage-Dealer oder so, aber man muss natürlich auch diese Debuffs verleihen können, muss man immer dazu sagen, muss man gucken, wie man das Team natürlich aufbaut, damit das dann funktioniert. Ja, das war jetzt erstmal sozusagen eine kleine Liste mit den Champions, die uns helfen in der Arena, Rundenmeter zu senken, teilweise auch Geschwindigkeiten zu senken von dem gegnerischen Team, die man durchaus, wie gesagt, nicht nur in schnellen Teams spielen kann, sondern auch in defensiven Teams, um das gegnerische Team ein wenig mehr unter Kontrolle zu bekommen. Es ist dann natürlich auch so ein bisschen Teamaufbau abhängig, wie das Ganze vonstatten gehen sollte und immer abhängig davon, welche Champions einem zur Verfügung stehen, aber ich hoffe, es hilft euch trotzdem so ein paar Ideen für eure Arena-Teams zu sammeln. Wenn ja, dann schreibt es bitte mal in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Ein Däumchen ist immer ein Träumchen. Bis dahin, tschüssikowski! Bis dahin, tschüssikowski! Bis dahin, tschüssikowski!